Hallo, mein Name ist Max von Delburg. Ich bin Produktmanager bei der Firma Knauer. Die Achima ist für Knauer eine gewisse Tradition. Wir kommen schon seit vielen Jahren hierher. Und die Achima ist das Tor zu vielen Kunden aus dem In- und Ausland. Wir haben einen großen SMB-Vortrag und Kurzvorträge am Stand über diverse Themen. Manche Kunden wollen gesamte Systeme, Systemlösungen, spezielle Systemlösungen. Manche Kunden wollen einzelne Komponenten. Wir sind aber auch sehr stark im OEM-Business. Das heißt, wir können maßgeschneiderte Lösungen für den Kunden liefern. Knauer ist ein Familienbetrieb. Es ist wie ein kleines Dorf. Und zusammen schafft man was. Ich schätze diese Momente am Kaffeeautomaten mit dem Entwicklungsleiter zu sprechen. Und wenn man wirklich ein großes Ziel hat, dann schafft man es auch durchzusetzen. Dann sind sämtliche Abteilungen beteiligt. Es ist angefangen vom Vertrieb über Entwicklung in die Werkstatt. Einfach alles. Und das gefällt mir an Knauer. Es ist einfach alles. Es ist einfach alles. Alles, was Lipton machen. Wir müssen unscheidere Dyn- und Knauer. Das liegt nicht so großartig. Wir müssen unscheidere Dyn-Aufs und machen. Glocken-Aufs. Vielen Dank.